Wir haben uns hier heute getroffen, weil wir einfach in der Gegenwart Gottes uns aufhalten möchten, gemeinsam, zusammen und vor allem, weil wir den Herrn manifestieren sehen wollen in diesem Land. Wenn wir sagen, der Herr sich manifestiert in diesem Land, sich zeigen durch uns, durch Menschen, die in diesem Leben leben. Amen. Und das, was wir feststellen, ist, dass der Teufel auch arbeitet, um die Kinder Gottes aufzuhalten, damit sie weiter vor und nach vorne gehen und für Gott arbeiten. Durch viele Dinge. Amen. Und, Freunde, ich sage euch, es ist wichtig, sich zu treffen. Es ist sehr wichtig, sich zu treffen, um zu beten. Ich sage, die wahrhaftigen Kinder Gottes. Même wenn die Kinder Gottes seien, es kann immer falsch sein, aber wenn die wahren Kinder Gottes sich präsentieren von ihnen, wenn die wahren da sind, auch wenn alles, was die Falschen tun, wenn wir nicht mit der Zeit haben, um nach vorne zu gehen. Amen. Und wenn wir in solche Arten von Atmosphären hineingehen, und wir gehen von dort zu hinaus ermutigt, gestärkt. Meine Geschwister, wir erleben sehr schwierige Dinge in dieser Endzeit. Wenn wir nicht die wahrhaftige Erkenntnis haben, wir werden unsere Hände aufgeben. Aber es ist nur, weil der Herr uns Gnade geschenkt hat. Er hat unsere Herzen berührt. Mein Bruder, meine Schwester, als dein Herz gerührt wurde, durch die Menschen, nicht durch eine Religion, nicht durch irgendeine Bewegung. Und wenn der Finger des Herrn hat dein Herz gerührt, ich will etwas anderes. Das ist ganz anders. Du bist eine andere Person. Auch wenn du, wie David sagt, du in den tiefsten, auch in den schwierigen Momenten, Situationen, aber wenn du nachdenkst, du jour, wo der Herr seinen Finger in deinem Herzen getan hat, das ist etwas ganz anderes. Alleluia! Ich finde das sehr wichtig, dass die Geschwister sich versammeln, um zu dem Herrn aufzustreien. Ich habe einmal zu uns getroffen, als ich in der Ausbildung hatte. Ich hatte eine Vision. Ach, in England, okay. Ich hatte eine Vision. Ich voyais die Menschen. Das war wie ein Film. Hab ich Leute gesehen? Ich voyais die Menschen, die in einen Raum reingegangen. Und diese Menschen sind da reingegangen, um den Herrn anzubeten und zu preisen. Und jeder sah gleich ein kleines Licht. Es gab manche, die hatten ein sehr großes Licht. D'autres, sehr wenig. Und manche ein kleineres Licht. Und es gab auch welche, die kein Licht hat drin, was einfach aus war. Und ich sah, wie die Menschen, in einem Sechzen zu haben. Und du sagst wirklich, dass einer zum Beispiel ein großes Licht hatte und der, wo er neben ihm ist, kein Licht hatte. Wir hatten die Impression, dass es ein Ort war, wo es nicht klar war, es sah so aus, als ob es manche Stellen gab, die, wo er leuchtet war, manche Licht. Sie haben gesungen und gelobt. Ich versichere euch. A la sortie. Am Ausgabe. Personne ne sorti sans Linie. Niemand ist rausgegangen ohne Licht. Alleluia. Amen. Tous sortaient avec la Linie. Alle die hinaus sind legal ermöglicht. Alleluia. Amen. Das hat mich sehr, sehr viel gelernt. Und das Problem, das wir hier erleben, ist die Isolation. Das ist die Isolation. Oui, il y a des moments, le Seigneur peut nous isoler. Es gibt momenten, wo der Herr uns isolieren, weil er veut, qu'on lui fasse seulement confiance. Weil er möchte, dass wir nur ihm vertrauen. Alleluia. Amen. Mais il ne faut pas aussi négliger les rassemblements des frères Söhnen. Aber wir sollen es auch nicht vernachlässigen die Treffen mit den Geschwistern. Je dis te sensabes. Du fühlst dich schwach. Soit sincern. Sei ehrlich mit dir. Alleluia. Amen. Wisst ihr, mit dem Herrn, c'est la sincerité. Mit dem Herrn, c'est la sincerité. Le problème, que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tellement orgulli. Das, was wir heute erleben, c'est, die Menschen sind so rohmotiv. Les gens sont habitués à insolid. Sie sind daran gewohnt, alleine zu sein, in der Einsamkeit. Qu'on est plus vrai. Dass man sie nicht mehr sieht. Est-ce qu'on peut prendre ou du avivant, ou de dominant courage, on va se... Je suis nicht mehr erde. Nous allons prendre un versé tous ensemble. Wir nehmen alle zusammen un vers. Don Antimotiv. We have the Timotheus. Antimotivus. A partir du verset 3. Abvers. 1 Timotheus, chapitre 1. Achso. 1 Timotheus, chapitre 1. 1 Timotheus, chapitre 1. 1 Timotheus, chapitre 1. 1 Timotheus, chapitre 1. Abvers. Abvers. 1 Timotheus, chapitre 2. Je vais lire, en même temps. Vous êtes tous là? Seid ihr alle là? So wie ich dich war, als ich nach Macedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nichts anderes zu lehren, noch mit Farben und endlosen Geschlechtsregistern, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalt nicht Gottes fördern. Hört gut zu, ab dem Vers 5, das Endziel der Weisung aber ist die Liebe, aus reinem Herzen, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt, und haben sich Lehrern geschwächt zugewandt. Sie wollen Gesetzlehrer sein, aber sie verstehen weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Amen. Also, wir sehen hier ab dem Vers 5, oh, le but du commandement, und wir sehen hier, wir sehen hier ab. Das Problem, was wir haben, meine Geschwister, ist, dass man wahrhaftig ist. Wisst ihr, wenn wir uns so versammeln, wenn wir die Geschwister draußen sehen, oder wenn wir uns anrufen? Sie kennen uns auf eine bestimmte Art. Und wir wollen wirklich immer dieses Bild aufrecht erleben. Aber es gibt einen Moment, da sind wir nicht mehr wahr. Und ich sage euch, in den Versammlungen der Gottes Kinder gibt es auch Falsche. Ich rede aber nicht davon. Und ich rede von denen, die das Wort erhalten haben. Die die Wahrheit erhalten haben. Und das Ziel der Wahrheit. Und das Ziel von der Lehre, die wir erhalten. Und das Objektiv von dem Wort, das wir in der Bibel lesen. Und der Grund, warum wir dieses Wort nehmen, ist, dass wir ein wahrhaftiges Herz haben. Um ein ungeheucheltes Glauben zu haben, ein gutes Gewissen. Und ein ungeheucheltes Glauben. Ich liebe dieses Wort auf Deutsch. Ungeheucheltes. Ja, ungeheuchelt. Heuchelei. Wisst ihr, was Heuchelei bedeutet? L'hypokrisie. Ungeheucheltes. 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 Ja, wie kann man ein Glauben verstehen ohne Hoffritte. Und, wenn es zu ihmheucheltes gibt, wenn es ein Gewissen gibt ohne sich Heucheltes. Wie kann man ein Glauben mit Heuchelerei verstehen? Denken wir ein bisschen nach, mein Geschwister. Tun wir ein bisschen nachdenken. Ein Geheuchelter Glaube. Ihr wisst ihr dieses Wort? Dieses Wort ist aus dem Theater hervorgekommen. Es kommt aus dem Wort Hippokritos. Das sind Schauspieler. Und wenn sie auf die Bühne gekommen sind. Und sie mussten eine Rolle spielen. Es gab manche, die Masken genommen haben. Die Hippokritos. Die Hippokritos. Die Hippokritos. Donc, in fait, Une fois Hippokrite Also, ein heuchlerischer Glaube Non, c'est terrible pour expliquer. Es ist ... Est-ce qu'on se rende compte? Versteht ihr? Une fois Hippokrite Ein Glaube, der geheuchelt ist En fait, c'est une fois, die n'est pas sincère, mais Un Glaube, der nicht echt ist? Frère, c'est une image. Stellt euch es mal. Ihr tanzt hier, er ist der König, der König. Un solcher. Aber là drin? Faisant la assemblée. Unes secured. Pourquoi vous comprénez ça? Versteht ihr das? Wo en elles kommt, comme ça take des Thericte à faire? Versteht ihr, wie ... Comment ça ... C'est durm? Wie schlimm das ist! Jesus! Jesus! Was ist das? Versteht ihr? Wir sprechen von einem heuschelligen Glauben. Wenn wir in die Gemeinde kommen, Ich erinnere mich, dass ich in die Gemeinde kam. Ich erinnere mich, dass ich in die Gemeinde kam. Der Pastor prägt fort! Der Pastor hat mich nicht prägt. Ich erinnere mich, dass ich in die Gemeinde kam. Ich habe nur gebetet. Ich habe eine Vision erhalten. Ich habe den Pastor gesehen. Er hat eine Maske getragen. Er hat tatsächlich eine Maske getragen. Er hat wirklich wahrgenommen. Er hatte ein doppelten Leben. Er hatte eine Welt in Afrika und eine Welt in die Welt. Er hatte ein Leben von Afrika und eins hier. Meine Geschwister, seid echt. Er hat einen ungeheuchelten Glauben. Er hat nicht ein semblant. Er hat nicht unrecht sein. Alleluia! Amen! Als ich hierher gekommen bin, Ich sage es euch. Der Herr ist wirklich seriös. Der Herr ist wirklich unter uns. Wenn du willst, Du bist ein schweres Stress. Du bist gegen ein Kampf. Und all puedes zu tun. Wenn du dich, Es gibt Strip, Wenn du etwas soes zu fühlen. Im Moment musst du nicht einmal auf- Alles gut 신청st. Du bist gegen Strip. Du bist gegen Strip. Du bist gegen Strip. Wer kennt das? Er kennt ihr das nicht? Und du kommst an und du fühlst, dass du so schwer bist, und wenn du die Gegenwart Gottes kennst, und das liebt nicht. Und du fängst an, zu deinem Vater zu sprechen. Wir kennen uns doch. Ich erinnere mich. Du kannst doch nicht vergessen. Ich kann dich auch nicht vergessen. Ich erinnere mich an jeden Tag. Du bist mein Vater. Und du bist mein Vater. Und du bist mein Vater. Und du bist mein Vater. Ich sage euch mein Vater. Wenn Yahweh kommt, und du fühlst die Liebe. Und du weißt, dass du in der Sünde bist. Und du weißt, woher du kommst. Und du weißt, woher du kommst. Und wo du dich jetzt befindest. Und du weißt, wo du dann bist. Und du weißt. Es fatigt auch wenn du es sitzt. Egal, ob du es da ist. Du das feared dich. Und es ist mir alles egal. Wenn du dasечно- kalb Wir sind la danse intermittente. Das ist nicht mehr das Wort, das ist der Tanz der Wahrheit. Alleluia! Hey! Die, die die Gegenwart Gottes kennen, Wenn du leidest, Es ist schwer. Der Kampf, Die Dinge gehen nicht voran, wie du es möchtest. Du möchtest, dass der Herr so gut ist, Aber es ist nicht das, was voran geht. Beruhige dich. Und da sagst du Yahweh? Wir kennen uns doch. Nein. Der, der in mein Herz gebührt hat, ist kein Mensch. Ich kreier, 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 Yahweh, ich kreier, ich kreier. Ich kreier, 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 ich kre Halleluja! Amen! Oh, es gibt eine Kuchen, die Menschen nicht mehr passieren können. Oder in der Barbe oder was auch immer. Oh, Frammaßens, Satan, Teneble! Teneble! Ich möchte nur mit Teneble. Ich möchte nur mit Teneble. Ich möchte nur mit Teneble. Halleluja! Ja, 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 ja. Ein Mensch ist mal zu mir gekommen und hat mir erzählt. Oh, Europa ist mit Teneble. Und Europa ist bedenkt von der Dunkelheit. Die Engel haben es schwer, darüber zu gehen. Das Liegen, oder was? Ich habe nur so gehört und dachte... Ich habe nur so gehört und dachte... Ich dachte, wow! Wow! Vielleicht hier, das ist vielleicht hier auf dem Plafond. Das war damals ... 90-mal. Und ich bin Christ geborgen nach diesem Jahr. Ich bin Christ geborgen nach diesem Jahr. Der Geist hat mich blockiert, ich weiß, wie man mich hat. Ich habe gesagt, wer blockiert, ich weiß, dass man mich berührt hat. Und da, es ist es, dass man immer, wenn man so denkt, wie geht es so? Aber ich freue mich, wenn du dich vor bist. Ich hoffe, wie du dich verbringst. Wie sagt er, für mich? Die Sirene Besson. Der deur Meister. Der Freimaur. Der Sanseur von meinem Land. Der Sanseur von meiner Familie. Der Sanseur von meiner Familie. Und mein ganz krank? Aber der hat mich berührt. Der hat mich bewertet. Wie kam es so durch? Wir haben dich zwar verbrannt? Nein, denn der Omes ist zu. Es ist vorbei. Wer kann den Yahweh stoppen? Wer kann den Yahweh stoppen? Halleluja! Welche Sirene des Omen. Du kannst mir deine Poitrine bis zu hier. Du kannst mir die Poitrine bis zu hier. Du kannst mir die Poitrine bis zu hier. Oder du bist da dran. Selbst wenn du marchest, als wenn du... Auch wenn du... ganz komisch läuft. Hip-Hop oder nicht Hip-Hop? Oh Hip-Hop oder was weiß ich. Oh Hotpats, mein Hotpats. Hotpats. L'été oder wie in hiver? Sommer oder Winter. Es geht nicht um mich zu touchieren. Wie ist es vorbei gekommen? Wie ist es vorbei gekommen? Erinnert euch. Erinnert euch. Erinnert euch an den Tag, wo ihr nur gebetet habt. Je me suis erinnert. Ich habe gesagt, hey. Yahweh. 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 Jewo Shua Ichiach. Hey! Hey! Não. Non. Et Áed Austria. Die Dunkelheit. Die Serpents. Die Sprache. Die Sirene. Die Maschines. Die Manöme. Diepersonisten. Der Satanisten. Der frei Mausson. Die frie Maura. Yaha ist nüflete mich packen. Aber Java ist gekommen und hat mein Herz gegründet. Auch wenn ich schlafe und die Ausrufe von mir können schlank sein. Aber solange Joshua nicht seine Hand weggenommen hat, er hat immer noch sein Auge auf mich. Alleluia! Amen! Ringen wir klatschen! Wenn du noch nicht in deinem Herzen vor ihr schon berührt wurdest, musst du ihm das sagen. Rede du ihm klar und deutlich. In Wahrheit. Sincerellt. In Wahrheit. Sans Hypocrisie. Sans zu spielen 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 spielen. Lass es! Lass es! Au Gabon ich habe die Leute, die Leute prüfen. Du kommst, du kommst, du kommst zu spüren. Du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst zu spüren. Je bin zu Europäer. Ah touchdown, du kommst, du kommsteprises. Oh von dem euer United, wir auf einmal prüchen müssen. und die Leute sind auch glücklich. Ich war schon am Anfang zu singen. Ich habe gesagt, diese Leute, und die Zeit vergehen. Die Zeit vergehen. Ich habe gesagt, sie tun nur zu singen. Ich warte. Der Mann von Gott wartet, um zu prädigen. Während die Leute in der Schule, und die Leute in der Schule, und die Leute in der Schule, und die Leute in der Schule, die Leute in der Schule. Ich warte. Wann werde ich das Training? In manchen Minuten? Die Kinder und die Leute in der Schule, und die Leute in der Schule. Es gab einen Moment, wenn ich mich bewusst habe. Wenn die Zehn weitergekommen ist. Und die Gezahrein, par أن der Herr einfach zu sprechen. Aber du willst auf dich ein bisschen? Das ist für die Leute. Du willst es für dich oder für mich? Willst du für dich predigen oder für mich? Pardonne-moi. Ich habe gesagt, hey, hey, hey. Ich bin in der Louange. Und als ich selber in der Louange sagte, konnte ich mich nicht mehr aufhalten. Man of God, es pleut so. Was ist los? Was ist los? Wenn wir echt sind, wenn wir die Präsenten von Gott sind, wenn wir die Gegenwart Gottes sind, das ist das, was ich euch will sagen. Soll ich euch sagen. Sei echt. Wenn du so kommst, wenn du so kommst, das geht nicht in dein Herz. Du fühlst dich nicht gut. Insiste. Jaweh, da wo ich bin, Ich will von dir. 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 Wir wollen die Dinge sehen, die hier in diesem Land sind. Wir müssen solche Menschen sein. Wir müssen solche Menschen sein. Okay. Halleluja. Weitere Leute. Echte Menschen. true. Seid. Wenn du sie bisthrlich ع 그리고 same denLet's e Sebastianalle. Seid. Juszt, wie entscheide ich das Preventionhar background. Ja, Herr, ich fliege selber. Ich bin in der Sorcery. Tu sollst mich gelingen vacation. Ich muss wegkommen. Ich sollst mich wieder raus. Derjenige, der glaubt, der schlaft, dass er soll aufpassen. Du kannst auch mal ein Muskel machen. Du kannst auch mal ein Muskel machen. Ich weiß nicht, warum. Du hast Muskeln. Aber im Geist. Wenn du so bist, wenn du so bist, du musst dich sein. Ich sage es euch. Die Wahrheit. Wenn du so bist, die Wahrheit wird dir so sein. Wenn du so ist, die Wahrheit wird dir so sein. Und wenn du so bist, echt bist, ich sage echt. Nicht nur echt vor Gott. Nicht nur echt vor Gott. Nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Ja, ich will dich. Ja, ich will dich. Ja, ich will dich. Alleluia. Wenn du weißt, wenn du weißt, dass du nicht echt bist, dass du nicht echt bist, verstehe darauf, dass du echt bist. Du sagst, ich bin falsch, aber ich will jetzt echt. Ich bin nicht sincer, ich will echt. Und ich bin nicht in der Wahrheitlichkeit. Und ich bin ein Heuchler. Ich habe eine Maske an. Ich habe eine Maske an. Ich habe eine Maske an. Alleluia. Ich lege die Maske an. Ich lege die Maske an. Ich sage, Yahweh, ich me voici. Ich sage, Yahweh, ich schau mich an. Und da, ich will rausgehen mit deinem Licht. Alleluia. Amen. Sei die Kinder Gottes, die echt sind. Es ist kein Lüge im Herzen. Es ist Gott, der uns sieht. Gott sieht uns. Gott sieht jeden einzelnen von uns. Alleluia. Ich habe meine eigenen Augen. Ich habe mir das eine Maske. Où ist eine Schwester gekommen? Einer kam. Und sie kam. Da kam um alle Leute. Sie kam, ich bin. Ich bin. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin die Sch slechte. Ich bin die Hexe. Ich bin die Zin. Ich habe es für das, 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 das. Ich habe das an. Ich habe das. Sie war echt an dem Tag. Sie war echt an dem Tag. Sie war echt an dem Tag. Sie wurde geheilt an dem Tag. Pas des semblants. Oh, j'ai peché. Oh. Ich habe gesündet. J'ai oft gesagt, mensonge. Oh, oh. Elle a peché. Elle a peché. Als ich die Brüttel haben, aufsittert das ein. Also, ich will immer sagen, wenn ich die Brüttel für die Brüttel, Und ich will nur meneu, um mich zu trinke, um mich zu trinke um die Brüttel für die Brüttel. Die Brüttel sagen, oder ist es so ein bisschen, die Brüttel das ist. So, wenn du nicht das mousel. Wenn du das nicht willst... Bei dir! Bei dir! Bei dir! Sei wahr! War mit Gott! Wir sind müde! Wir sind müde! Ich habe es nicht vorher gesehen, über das zu sprechen. Wir sind müde! Wir sind müde! Wir sind müde! Das letzte Mal waren wir zusammen, wir haben gebetet. Der Herr hat uns gesagt, wie oft wir Götzen in unseren Herzen haben, oder? Letztes Mal, in der letzten Woche, wir haben mit meinem Freund und Schäuze und wir haben uns erzählt, wie viele Götzen sind. Wir haben Götzen, unser Herr. Wir haben Götzen, unser Herr. Wir haben Götzen, unser Herr. Und die Dinge, die wir kämpfen, die Dinge, die wir werde nicht säubernieren werden möchten! Wir sagen, wir wollten jeden Mal verlehen! Wir sagen, was die Behörden stehen und die Freunde sagen. Wir sagen, was wissen, was die Liebe sagen? Wir schauten ganz ehrlich nach vorne auf dem Boden scherchen. Wir denken, was er mir für uns? Wir denken, was das Ihnen die Wahrheit enseñkenden kann? Nein! Aber du hast sie verneucht, die Wahrheit! Und du hast es własne hingest LAvärde mit euch! Oh, le mensonge ist ein train de te tuer! Obwohl diese Lüge dich töten tut Das täte deine Familie! Das täte deine Familie! Das täte deine Familie! Das täte dein Zuhause! Das täte deine Familie! Das täte dein Leben! Das täte dein Leben! Du siehst du nicht, dass diese Lüge te täte? Aber du willst darin bestimmen! Le temps ne fait que passer! Und die Zeit wird nur vergehen! Und der Tod ne veut quell'ampleur in der Familie! Und der Tod nimm überall zu meiner Familie! Und der Herr erwartet nur, dass du te lèves! Und der Herr erwartet nur, dass du aufstehst! In der Wahrheit! Bis wann? Bis wann? Bis wann? Du siehst du nicht, wie der Teufel überhaut? Die Dinge gehen kaputte! Du regalst la cause à sie gâte! Du siehst am links! Aber du siehst sehr gut! Und du weißt ganz genau! Wenn du das aufhälst! Wenn du das aufhälst! Du stoppst hier! Du stoppst dort! Hier! Und viele Dinge werden sich ändern! Aber du tust dich der Wahrheit gegensetzen! Und das tut uns allen auch manchmal vor. Unsere Gewohnheiten, die der Herr nicht möchte! Unsere Gewohnheiten, die der Herr nicht möchte! Die Götzen werden! Dinge, die schwer werden, um es zu lassen! Mein Bruder, meine Schwester! Erinnere dich! Wir sollen uns erinnern! An dem Tag, wo der Herr unsere Herzen bewirkt! Wie wir bereit waren, alles zu lassen! Viele Dinge zu lassen! Und heute tun wir uns in vielen Dingen verankern! Wenn wir diese Dinge nicht verlassen! Wenn wir diese Dinge nicht verlassen! Wir werden nicht weit kommen! Wir werden immer nur im Kreis kommen! Ich weiß, wovon ich spreche! Ich weiß, wovon ich spreche! Ich weiß, wovon ich spreche! Das sind Wörter, die vom tiefsten meines Herz sind! Und ich möchte, dass wir diese Wörter wirklich ernst nehmen! Ich weiß nicht, wie jemand etwas erwähnt hat! Wenn wir die Menschen wissen, die wir erlebt haben! Und wenn sie sprechen! Wir müssen es wirklich ernst nehmen! Alleluia! Alleluia! Wir müssen viele Dinge loslassen! Wir müssen viele Dinge loslassen! Die Kinder, die Frau, die Familie, die Arbeit, die Geld! Die Familie, die Kinder, die Auto, die Arbeit! Es gibt viele Dinge! Wir müssen viele Dinge verlassen! Wir müssen viele Dinge verlassen! Wir müssen sie verlassen! Alleluia! Wir müssen nicht aufhören! Wir müssen uns aufhören!